Neulich, ihr Lieben, ist mir eine Kiste mit alten Fotos in die Finger gefallen. Und nachdem ich so die Schicht Staub weggeblasen habe, habe ich gedacht, Gott, brauchst du ja eigentlich nicht, bist ja Videofilmer. Und dann fiel mir aber ein, die einzelnen Fotos können vielleicht Geschichten erzählen, so Kurzgeschichten, sie sind ja immerhin auch schon 20, 25, 30 Jahre alt. Und damit fange ich jetzt an. Dieses verblichene Foto macht jetzt quasi den Anfang. Der Northlander, eine Legende. Ehemalige TEE-Triebwagen, die Ende der 70er Jahre nach Ontario ausgewandert sind. In unseren Breiten wurde der Northlander seinerzeit hauptsächlich bekannt durch die limitierte Ausgabe von Märklin. Neben mir der Pressesprecher der Ontario Nordland Railroad, dessen Namen ich leider vergessen habe. Nicht vergessen habe ich die Temperaturen. Es war Januar 96 und es waren minus 26 Grad. Ganz anders als auf diesem Poster hier. Aber wir haben wunderbare Bilder eingefangen. Mit eindrucksvollen Sonnenuntergängen rund um North Bay und mit einem Northlander, der noch von einer F7 gezogen worden ist. Diese Lokomotive in eisiger Kälte, das waren großartige Momente, auch wenn wir ganz verdammt gefroren haben. Winter in Kanada eben. Und am nächsten Tag durften wir sogar auf dem Führerstand ein Teil der Strecke mitfahren. Wunderbar. Und dann traumhaftes Wetter für die Fotos von außen. Die TEE-Fahrzeuge waren allerdings schon lange nicht mehr in Betrieb. Zuerst wurden die Zugmaschinen ausgetauscht, später auch die Wagen. Es war einfach zu kalt dort für die Europäer. Deshalb gab es eine Initiative des Schweizer Eisenbahnfreundes Kurt Döbeli, der fünf Fahrzeuge wieder zurückholen wollte. Unterstützt unter anderem von Märklin. Es war Herbst 1998, als sich fünf Northlander Wagen von St. John in New Brunswick per Schiff via Europa in Bewegung setzten. Fast zeitgleich drehte auch der Northlander in H0 von Märklin seine Runden. Die Göppinger waren, wie so häufig, auf der Höhe der Zeit. Bei den Märklin-Tagen 1999 war der Northlander natürlich auch Gast in Göppingen. Gern gesehen, aber leider auch schon ein bisschen gezeichnet. Die Northlander-Story hat leider kein Happy End gefunden. Die fünf Wagen standen noch einige Jahre in Heilbronn im Süddeutschen Eisenbahnmuseum. Dann wurde die Garnitur nach Holland verkauft. Dort wollten Eisenbahnfreunde den Northlander wieder als TEE aufleben lassen. Aber momentan tut sich gar nichts. Und ich weiß nicht, wie es mit der Geschichte ausgehen wird. Auf jeden Fall gibt es zwei Filme in der Mediathek von Eisenbahnromantik. Einer lautet vom TEE zum Northlander und der andere einmal Ontario, Northland und Retour. Das war es von dieser Stelle aus. Macht's gut, ihr Lieben. Bis denn und tschüss. Meine letzte Begegnung mit dem Nordländer 2006 in Heilbronn, als ich ihm aus dem Auto gerade noch einmal zuwinken konnte.